Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine Diplom-Ingenieurin in Biomedizin, die Jutta Suffner, und wir sprechen heute über unsere Stärken des Immunsystems, auf welche Möglichkeiten wir nochmal richtig in unsere Kraft kommen können und alles schöpfen können, was so möglich ist in dieser doch sehr spannenden Zeit. Hallo Jutta. Morgen Corinna, ganz herzlichen Dank, dass wir reden können. Ja, ich freue mich auch total sehr, auch wenn wir jetzt über diesen digitalen Weg kommunizieren, aber besser wie gar nicht, oder? Absolut, ich denke, wir sind froh, dass es diese Möglichkeiten jetzt überhaupt gibt. Ja, definitiv, ja. Jetzt hast du natürlich jahrelange Erfahrung und wir wollten über das Thema den Körper stärken, in die Kraft kommen, vielleicht auch mal manche Themen auf einer anderen Ebene anschauen, ja. Wenn das Immunsystem kränkelt, hat es immer was mit außen oder mit innen zu tun? Also was sind da so jetzt deine Erfahrungen aus den letzten, ja, sage ich mal Monaten? Da hat sich ja doch einiges zugespitzt an Themen, würde ich sagen. Also momentan, wir leben ja im wahrsten Sinne des Wortes in starken Zeiten, das kann man jetzt so oder so sehen. Und die Dinge im Außen, die können wir ja nur begrenzt irgendwie verändern. Aber was wir ändern können, ist, wie wir auf die Dinge im Außen reagieren. Das heißt, dieses Wort Stress mag ich jetzt gar nicht so, aber wie wir unseren Körper möglichst schnell wieder ins Gleichgewicht bringen. Und die zentralen Dinge dabei sind ja Immunsystem, kennt jeder, dann das Wort Stress und auch unser Herz. Über Letzteres reden wir nochmal, detaillierter. Und viele Leute, man redet immer über das Immunsystem, aber vielleicht sollte man auch nochmal erklären, wie das überhaupt entsteht, dass man dadurch die Bedeutung mehr erachtet, was man auch zu sich nimmt, wie wichtig das ist. Weil wir haben ja ein angeborenes, erworbenes Immunsystem, das kennt jeder. Wir kommen so als kleiner Böckle da auf die Welt, sind schon mit Milz, Lymphknoten und so ausgestattet. Und es ist ja aber auch so, diese Immunzellen, die reifen ja im Darm, die gehen da ja praktisch in die Schule. Das sind ja diese ganzen Payerischen Plugs, wie es alles heißt. Und da lernen die ja eine Immunkompetenz, also wie ich mich nach außen verteidigen kann. Und das hängt natürlich von dem ab, was ich da oben reinschiebe. Und was ich ganz interessant finde, wenn die, ich sag mal, wenn die Kinder dann im Darm in die Schule gehen, nur 10 Prozent von denen machen das Abitur und werden ins Leben gelassen. Also gehen dann in die Lymphknoten, in die Milz. Und schon daran sieht man ja, 90 Prozent von den Kinderlernzellen, die werden schon mal ausselektiert. Und diese anderen 10 Prozent, die wir dann ins Leben entlassen können, die brauchen natürlich entsprechend, ja, gute Nahrung, gute Vitalstoffe. Und ich glaube, da wird einem eher mal so ein bisschen bewusst, wow, es ist echt wichtig, was ich da oben reinschiebe, damit meine Kindergartenzellen überhaupt richtig groß und stark werden. Das wird oft so ein bisschen nicht hinterfragt. Ja, jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was bedeutet gut? Ich meine, wir haben natürlich im Supermarkt den Stracciatella Gute-Nacht-Brei ab einem Jahr. Das steht dann drauf mit wertvollen Vitaminen. Der scheint auch gut zu sein anscheinend, ja. Aber was bedeutet gut? Wie erkenne ich ein gutes Nahrungsmittel für mich und meinen Körper? Woran kann ich das festmachen, dass es mich bereichert? Ich glaube, je weniger etwas verpackt und verarbeitet ist, das kann man einfach mal generell sagen. Damit machst du schon mal nichts verkehrt. Wenn man schon einen Apfel irgendwie eingepackt sieht, ich wollte schon sagen, in Schuhkarton. Das waren die Zerialien-Dienste. Ganz genau, ganz genau. In irgendwelche Kunststoffteile, dann weiß man schon mal, dass es nichts ist. Also Dinge, die einfach nicht verpackt sind oder wenig verpackt, am besten nicht verarbeitet. Und das, was wir regional jetzt hier bekommen. Weil ich glaube, wichtig ist auch zu erwähnen, dass alles das, was uns eben nicht gut tut, was verarbeitet ist, das verursacht ja auch Stress in unserem Körper. Weil er sieht dann, oh Gott, da kommt jetzt irgendein Lebensmittel, was fünfmal durch die Wiege gedreht und dreimal verarbeitet wurde. Wie soll ich denn aus diesem Teil, was da in mich reinkommt, noch irgendwelche Energieschöpfen, um die den Zellen zum Leben überhaupt zu geben? Und das wird, glaube ich, unterschätzt, weil auch das ist Stress für den Körper, weil er damit ja gar nicht gerechnet hat. Ja, jetzt haben wir natürlich jahrelang, sage ich mal, in der Schulmedizin gelernt hier, Vitamine, Mineralien. Mittlerweile geht man ja wirklich in der Technik so voran, dass man sagt, okay, das ist jetzt zwingend gar nicht der springende Punkt. Es kommen jetzt auch Dinge wie Schwingungen mit ins Boot. Oder wie wir schon auch sagten, diese Bovis-Einheiten, wo vielen vielleicht noch gar nichts sagt, wo wir wirklich nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel auf die Nahrungsmittel schauen. Was sind da so deine Erkenntnisse für dich? Schaust du noch nach Vitaminen und Mineralien oder betrachtest du die Nahrungsmittel aus einer ganz anderen Sicht? Oder auch die Zelle, die Versorgung der Zelle. Braucht die jetzt ein Vitamin-C-Bonbon oder braucht die eine Energie, die wir gar nicht kannten bis vor ein paar Jahren, über die wir zumindest mal noch nicht gesprochen hatten, so in der Intensität? Das ist total klasse, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist die Basis von allem. Diese Info, also auch wenn zum Beispiel eine Pflanze, die wächst draußen, die wächst draußen in der Natur und die nimmt ja von der Sonne Information auf, die nimmt Sonnenlicht auf und diese Information speichert sie. Und je karger das Umfeld, je mehr sie sich gegen diese ganze Umwelt abwehren muss, desto mehr Abwehrkräfte entwickelt sie natürlich. Können wir ja auch auf den Körper als Resilienz übertragen, oder? Genau. Die Resilienz der Pflanze. Genau, wenn du dieses Lebensmittel, das ist ja wirklich noch ein Lebensmittel, dann zu dir nimmst, viele wissen, bei mir sind es eben die Blaubeeren, aber auch Pilze, Ginseng, es gibt Süßholz, wundervolle, anpassungsfähige Pflanzen. Wenn du diese Pflanze dann zu dir nimmst, kann man sich ja vorstellen, wow, ich nehme ja dann sozusagen diese Lebenskraft der Pflanze auf und die kann dann in mir, mir helfen, diese Information für mich, für meine Energie, für die Zellen zu nutzen. Denn wie du schon gesagt hast, alles ist Energie und alles ist Information. Auch wir zwei, wir reden ja jetzt miteinander, das ist eine Information, die wir austauschen und nichts anderes. Und deswegen ist es natürlich unbedingt wichtig, auf den Vitalstoff, auf den Nährstoffgehalt zu achten, gar keine Frage. Aber eben auch in Kombination, was für eine Pflanze nehme ich denn jetzt zu mir, wo ist die aufgewachsen? Wenn die irgendwo in so einem netten, ja, wo die heute gezüchtet werden, aufwächst, wo es schön warm ist, ist ja wie bei uns, kommst ins Wohnzimmer, die Heizung ist an, ziehst dich an, du musst ja nichts tun. Wenn ich aber rausgehe, mein Immunsystem stärke und ist bei der Pflanze genauso, wenn die draußen ist, es ist kalt, sie muss sich abwehren, dann bildet die natürlich ganz andere Stoffe. Also diese ganzen kulturgezüchteten Dinge, kann man sich vorstellen, sind nicht unbedingt so hilfreich dafür, dass wir unser Immunsystem stärken können. Jetzt haben wir ja heute unser erstes Interview, jetzt meintest du deine Blaubeere. Was hast du da genau damit gemeint? Ach so. Und zwar, mir ging es darum, weil ich ja selber auch mal ziemlich platt war und da ging es um das Thema Entzündungen, weil Entzündung ist ja nun mal die Basis, ja, die Basis vieler oder aller Erkrankungen. Wir wissen auch, jede zweite, dritte Krebserkrankung ist auf Basis einer Entzündung. Und da hatte ich etwas gesucht, was uns hilft, diese stillen Entzündungen, mit denen ja ganz viele von uns durch die Lande laufen. Es lässt sich auch gar nicht vermeiden, weil eine Entzündung wird ausgelöst durch Umwelteinflüsse, durch alles, nicht nur Nahrung, durch Stress natürlich. Da habe ich gesagt, es muss doch irgendwas geben, was ich zu mir nehmen kann und was mir hilft, diese zum einen stillen Entzündungen zu reduzieren, aber auch eben mir hilft, meinen Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, also etwas Anpassungsfähiges. Und so bin ich dann eben zu einer speziellen Blaubeerein-Sorte gekommen und habe dann festgestellt, die muss einen speziellen Prozess durchlaufen, damit sie entsprechende Gene noch produziert, die uns dann helfen, gesund zu bleiben, um das mal so in Kurzform zu sagen. Da kann man aber auch gerne den Menschen noch Näheres zu sagen. Also es geht um die Anpassungsfähigkeit, gerade in diesen stürmischen Zeiten für uns und unsere Kinder natürlich. Denn die Natur ist ja so intelligent, wenn ich dich jetzt so sprechen höre, kommt es mir so vor, als ob wir so eine Adaption haben von dieser Energie der Bäre an unsere Stellen im Körper, die unterversorgt sind. Also dass sich das findet. Wir hatten es auch, klar, jetzt kommt auch viel mit diesem Protonenaustausch, wenn man halt eben diesen Überschuss an Protonen und Entzündungen hat, dass dann eben dieses natürliche Barfußlaufen, Elektronen, dann eben diesen Mangel oder dieses Balance wieder ausgleichen, anpassen und dass die Natur dann wahrscheinlich so intelligent ist, dass sie den Gegenpol findet. Perfekt, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Das ist auch der tiefe Sinn von, in dem Fall von der Blaubeere, aber auch von Pilzen. Wenn jetzt eine Corinna die zu sich nimmt, dann findet diese, ich sage jetzt mal, diese Blaubeere oder dieses Extrakt dein Problem. Vielleicht sind es bei dir die Augen, beim nächsten ist es die Leber, beim nächsten ist es die Milz. Also die suchen sich die Stelle, die es gilt, jetzt mal als erste bearbeitet zu werden und damit hilft es dir als Corinna wieder in deine Kraft zu kommen. Weil ich glaube, das ist ja unser Ziel von allem, nicht von irgendwas abhängig zu werden, von einem Therapeuten, von sonst was, sondern dass du etwas nimmst, was dir hilft, deine Ordnung, deine Ordnungstherapie von selber wieder anzustoßen. Ja, ich denke auch dieses, vielleicht auch dieses achtsame Umgehen mit den Bedürfnissen, die man hat, ja, dass man, wenn man sagt, hier, ich möchte was Süßes, dass man sich vielleicht auch dessen bewusst wird, okay, süß war früher in der Natur, reife Früchte, reife Früchte waren sehr nährstoffreich, vielleicht fehlen meinem Körper jetzt eben Nährstoffe, macht jetzt vielleicht auch keinen Sinn, eine Gummibärchentüte mit 70 Würfel Zucker zu nutzen, um dieses Defizit aufzufüllen, sondern wirklich mal reinzufüllen. Was kommt mir denn in den Sinn? Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass wir wieder zurückgehen können zu unserer Intuition. Also, dass wir wieder spüren, wer mich kennt, weiß zum Beispiel, ich liebe Gummibärchen. Also du hast mal ein interessantes Wort angesprochen. Und, aber dass man sich eben hinterfragt, warum nehme ich die jetzt? Mal zwei, drei ist ja gar kein Thema. Aber es hat ja einen Grund, warum ich die jetzt gerade möchte. Und dass man dann sagt, komm, dann esse ich eben einen Apfel, der gibt mir ja auch die Süße. Oder eine Banane, wo ich direkt noch ein wundervolles Kalium habe, was Kalium ist wichtig fürs Herz und bringt da wieder meinen ganzen Herzrhythmus ins Gleichgewicht. Dass man sich mal hinterfragt, mein Körper signalisiert mir ja das, was ich gerade brauche. Und das ist echt ein Riesengeschenk. Wenn wir da mal wieder lernen würden, drauf zu hören, dann steht der Gesundheit nichts mehr im Wege. Ja. Früher hat man ja auch einen klassischen Schnupfen, Bronchitis, Erkältungssymptome abgetan als, okay, da habe ich mir einen Zug geholt. Was ja heutzutage bei den Schulkindern durchaus passieren kann bei 15 Grad. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber gibt es auch andere Perspektiven, wo ich meinen Körper auch nochmal betrachten kann, um zu gucken, warum habe ich jetzt gerade in dem Punkt eine Schwachstelle? Warum läuft mir die Nase oder ist verstopft? Schaust du da nochmal anders hin oder denkst du, okay, Immunsystem schwach, hauen wir hoch? Oder können wir da nochmal thematisch einen anderen Blick drauf werfen? Ich glaube, das mache ich genauso wie auch bei dir. Es gibt ja immer eine Ursache, warum du etwas hast. Also wenn ich Halsschmerzen habe, kann es ja sein, vielleicht möchte ich etwas nicht aussprechen. Was möchte ich nicht aussprechen? Oder in dieser Zeit, ich nenne es jetzt nur mal C-Punkt-Zeit, die ja vermeintlich sehr auf die Lungen geht. Die Lungen stehen immer für Beziehungen. Eine Beziehung zu mir selber natürlich. Also alle paarigen Organe wie Nieren, Lunge. Das hat ja einen Sinn. Warum geht dieses C-Punkt-Teil gerade auf die Lunge? Warum ist dieser Mensch schwach und bekommt dann eine Lungenentzündung? Die bekommt er ja nur, weil er vorher nicht im Gleichgewicht war. Oder zum Beispiel Leber, Gallblase. In letzter Zeit, also da ist mir aufgefallen, das Thema Angst ist ja nun mal leider sehr, ja, ist ein Tagesthema. Man geht raus und sieht Menschen, die bedeckt sind mit diesem Teil da, sieht nur die Augen, aber die Augen sprechen dich ja an. Und da spricht einfach eine reine Angst raus. Und diese Angst ist etwas, was auf Leber und Gallenblase geht. Angst, Wut, Ärger. Und solche Menschen entwickeln dann oft Störungen, die mit der Leber zusammenhängen. Deswegen ist es mir auch so wichtig, wie Oma schon früher gesagt hat, legt euch mal mittags hin, zwischen eins und drei, weil das ist unsere Leberzeit, macht mal einen Leberwickel. Das hört sich jetzt so banal an, aber das kann so viel unterstützen, dass wir mal wieder so diese alten Dinge rausholen und schauen, was können wir denn da für unser Immunsystem tun. Und das muss nicht teuer sein. Oder ich starte zum Beispiel jeden Morgen, das ist schon wie Zähneputzen, erst ein Glas warmes Wasser mit einer ausgepressten Zitrone. Ich kann gar nicht mehr anders. Ich könnte nie irgendwie direkt, was weiß ich, ein Müsli essen. Du gewöhnst dich irgendwann so daran, dass dein Darm, der sagt dann, boah, super, jetzt werde ich erst mal mal durchgespült, ich kriege eine Ladung Vitamin C, klasse. Und jetzt können wir mal in den Tag gehen. Das sind so einfache Dinge, die wir jedem an die Hand geben können. Ja, morgens Vitamin C, dann eben diese biologisch gut angebauten Nahrungsmittel, dann auch eben dieses achtsame Umgehen. Was brauche ich denn jetzt eigentlich? Gibt es aus deiner Sicht auch wirklich im Immunsystem schwächende Alltagsbedingungen oder auch Nahrungsmittel, wo du sagst, das wurde so uns integriert als was Gutes und im Grunde hat es eine genau gegenteilige Wirkung, wie jetzt unser Stracciatella, Gute Nacht bereits zum Beispiel. Genau, also ich meine, wir wissen alle, also das, wo ich relativ stringent bin, auch bei Menschen, dass ich sage, lasst bitte den Weizen, zumindest den deutschen Weizen weg und Kuhmilchprodukte, weil Kuhmilch ist toll für den Kalb, genau wie die Muttermilch für den Säugling, aber ansonsten ist das einfach nur eine Substanz, die unsere Zellzwischenräume verschlackt. Also die Information kann dann nicht mehr von Zelle zu Zelle weitergeleitet werden. Das ist dann wie, der Mikronährstoff will von Zelle A zu Zelle B und wumms und fließt dann in so eine Masse rein, die einfach verschlackt. Dieses ganze Matrix, dieses ganze intrazelluläre Bindegewebe ist verschlackt. Deswegen sage ich, wenn es geht, bitte reduzieren. Es gibt tolle Alternativen heute, Mandelmilch, Kokos, Kokosmilch, Hafermilch natürlich, also einfache Dinge, durch die man es ersetzen kann. Und Weizen macht Mikroentzündungen. Und alles, was eine Entzündung beflammt, macht einfach Sinn, wirklich wegzulassen. Zucker natürlich. Ich meine, das wissen wir beide. Und deswegen, das sind so die beiden großen Dinge, wo ich sage, wenn man die schon mal weglässt und ersetzt durch Dinkel, durch Emmer, durch naturreine Getreidearten, habe ich schon mal viel, viel gewonnen. Ja, gerade der Darm spielt ja auch eine wichtige Rolle. Da habe ich auch immer wieder so Beispiele gehabt, wo Leute mit chronischen Darmblutungen, wo man wirklich tendenziell sagt, okay, was richtet Entzündungen an, Milch, Getreide? Dann kommst du damit ins Krankenhaus, kriegst die Aussage, das ist jetzt chronisch und kriegst erst mal ein Mischbrot und einen Joghurt. Und ich denke mir, ja klar, bleibt es chronisch, wenn man genau den Trigger jetzt auch noch serviert bekommt. Ja, und ich glaube, hier ist ein Riesenpunkt, glaub nicht alles, was du hörst oder siehst. Also glaubt auch mir nicht, sondern fühlt einfach mal rein, was macht denn Sinn? Und da sind wir einfach bei dem Thema Selbstverantwortung. Ich glaube, gerade jetzt ist es einfach die Zeit, zu sagen, so, natürlich wird draußen viel Angst geschürt, aber wenn wir mal den Fokus legen zu dem, was wir machen können, also Fokus auf Gesundheit und wenn wir riesig viel machen, dass wir sagen, okay, wir übernehmen jetzt mal die Selbstverantwortung und füttern schon mal unseren Geist, unseren Körper mit nähernden Stoffen, also wirklich mit Lebensmitteln, wo es noch lebt. Und aus Frust essen die Leute heute dann sieben Teilchen und trinken fünf Kaffees, dass man versucht, ich weiß, es ist nicht einfach, um Gottes Willen, sagt auch keiner, aber man kann aus dieser Schleife rauskommen. Das ist definitiv machbar. Wir hatten es ja auch schon über Frequenz, du siehst ja auch den ganzen Menschen und Worte haben ja auch eben ihre Kraft. Gibt es kraftvolle Sätze für deine Patienten, wo du sagst, okay, das ist gerade in der Zeit ein guter Satz, mit dem man mal wirklich ins Bett gehen kann oder sich mal morgens beim Aufstehen mal so ein bisschen mantra-mäßig fünf Minuten mal einpflegen darf? Was ganz wichtig ist, das mache ich ja auch hier bei meinem Delta-Scan, ich schwinge dann sozusagen diese Sätze auf Globulis individuell für den Patienten. Und vielleicht mal ein Beispiel, mich rief letzte Woche eine Dame an, wie viel alt war, Mitte 60, und sagte, ja, gerade jetzt in dieser Zeit, ich habe immer so Schmerzen. Ich sage, wie lange haben Sie die denn? Ja, mein ganzes Leben lang und jetzt in dieser Zeit wird das noch mehr verstärkt. Dann habe ich sie gefragt, wie fühlt es sich denn für sie an, wenn sie sagen, ich habe das Recht auf ein schmerzfreies Leben? Und da fing sie an zu weinen. Also das hat sie natürlich total getriggert, weil ihr einfach bewusst wurde, sie hat sich gar nicht mehr erlaubt, ein schmerzfreies Leben zu führen. Und dann habe ich ihr diesen Satz auf Globuli geschwungen und ich sage mal, diesen Satz in Form von Globuli nimmt sie jetzt jeden Abend auf. Und es ist Wahnsinn, also da kommen dir teilweise echt die Tränen, was das in den Menschen bewirkt. Und genau da sind wir ja bei dem, was du sagst. Die Information, die nach der Worte. Was mir auch letzte Woche passiert ist, ich habe ja eben nicht so einen Lappen vor dem Mund, sondern gehe ganz normal einkaufen aufgrund eines Attestes. Und du wirst ja auch von den Menschen angesprochen. Und anfangs ist es eine Angst, dass sie einen anschauen und denken, oh Gott, naja, ist die jetzt auch Risikogruppe? Über 50 ist sie ja. Wenn man aber dann einfach mal fragt, wovor habt ihr denn Angst? Da kommt erst mal nichts. Und dann mal wirklich, natürlich seriös, also wirklich mal in Ruhe den Menschen erklärt, so und so ist es, das und das kann passieren und so. Und dann merkst du, wie so ein, da fällt wie so ein Stein von denen ab. Und auf einmal, siehst du ja auch hinter der Maske, dann gehen die Mundzüge hoch, die Augen, die werden wieder strahlender. Also dann denke ich mir, okay Jutta, das war die gute Tat für heute. Dem konntest du ein bisschen Angst nehmen. Und ich glaube, das ist so unsere Aufgabe momentan. Nehmt den Leuten die Angst, nichts verharmlosen. Das macht keinen Sinn. Aber einfach mal so die Realität darstellen, wie es wirklich ist. Ich glaube, das ist so wichtig momentan. Ja, ich denke, bei uns ist auch leider Gottes mit dem Thema Tod in unserer Kultur so komisch umgegangen worden, dass wir wirklich eben diese tiefsitzende Angst, am Ende der Kette ist der Tod. Und wenn man eben andere Kulturen anschaut, was für die Tod bedeutet, dann gibt, dann kann, dann wäre dieses Angstthema natürlich auch, eigentlich würde es mehr oder weniger verpuffen, dann, wenn das das letzte Thema wäre. Ja, es geht ja immer um diese... Genau, es ist ja alles Energie, wie du schon sagst. Es ist ein anderer Energiezustand. Aber es gibt ja auch gar keinen Grund, jetzt den Fokus so auf dieses, ich sage mal, vermeintlich negative Wort Tod, wobei Tod gehört zum Leben zu richten. Weil, wenn man mal sieht, das habe ich gestern gelesen, 99, also in meiner Altersgruppe, ich bin jetzt 54, 99, wie viel, 97 Prozent leben. also nur einfach mal, um den Fokus auf das zu legen. Und ich meine, irgendwann gehen wir alle, aber es ist momentan echt kein Grund zur Panik. also deswegen bitte ich auch immer die Leute, glaubt nicht mir, aber lest einfach mal. Lest, lest unterschiedliche Aspekte und nicht nur das, was aus diesem rechteckigen Kasten kommt, sondern, man nennt das auch. Das ist ja wieder bei der Selbstverantwortung. Ja, ja. Gerade bei dem Thema, gut, jetzt haben wir so diese, diese Sätze, gibt es noch stärkende Sätze, die es erlauben mir, gesund zu sein oder schmerzfrei zu sein, gerade jetzt so aufs Immunsystem? Das Verrückte ist, es ist oft ganz, ganz individuell und was ich oft sage, schreibt euch doch mal einen Satz auf. Setzt euch mal hin, nehmt euch mal einen Zettel. Was fühlt sich an, zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin dankbar für mein Leben, fühlt sich für mich schon sehr gut ein. Vielleicht sagt ein anderer, ne, ich bin dankbar für mein Leben, ne, ich bin eher dankbar, ich sage mal, dass ich eine gesunde Familie habe. Also, jeder hat einen Satz, der für ihn anders ist und es hilft auch schon, sich diesen Satz wirklich mal aufzuschreiben. Wenn Tränen kommen, super, dann weiß man nämlich, ich liege hier total richtig und ruhig diesen Satz, der muss ja nicht von mir auf Globuli informiert worden sein, in die Hosentasche, morgens durchlesen, abends durchlesen, wir haben alle Handys, man kann es sogar aufpoppen lassen, ein paar Stunden, so diese, ich vertraue in meine Selbstheilungskräfte, ist sehr kräftig für viele Menschen oder ich vertraue auf die Zukunft und wenn man sich da morgens schon drei, vier Sätze nur mal vorspricht, am besten vorm Spiegel, auch wenn es komisch vorkommt, du wunderst dich, was das mit dir macht, du fängst irgendwann an zu grinsen. Ja, schön. Du hast ein ganz anderes Lebensgefühl und gehst ganz anders in den Tag rein. Super. Liebe Jutta, unsere Zeit ist schon rum, war super schön mit dir. Viele schöne Aspekte haben wir jetzt doch gesammelt, wo man mal hinschauen darf in der Zeit und wenn man sich weiterhin informieren möchte zu dir, zu deiner Arbeit, wo findet man dich denn? Also am besten www.jutasuffner.com, das ist die Homepage oder info.jutasuffner.com, wer mich finden will, der findet mich sowieso. Unsere Blaubeere ist bei www.blueentalks, aber auch da einfach mich ansprechen und einfach Jutta Suffner googeln, da gibt es ganz viele Interviews. Ihr findet mich schon. Super. Vielen Dank, liebe Jutta. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und ich hoffe, dass wir uns bald live hier im Studio sehen werden. Danke Corinna und auch euch eine schöne Zeit in die Schweiz. Ja, danke schön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch von Jutta Suffner die Tipps und Tricks zur Stärkung des Immunsystems mit aufnehmen und für sich was rausziehen. Achten Sie immer darauf, dass Sie Ihre individuellen Puzzleteile so zusammenfügen und dann schließt sich bestimmt ein toller Kreis zusammen. Gute Zeit wünsche ich Ihnen und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.